Hallo und Willkommen zurück zu einem neuen Horspiel Insanity So, ich hoffe, das zittert jetzt nicht die ganze Zeit Vielleicht hört es auch so Ja, wo geht es jetzt los? Hier oder was? Ja, das kann ich leider nicht lesen Hallo? Jetzt mal weiter hier Vielleicht hört es so, ah ja okay Was denn? Es wäre schön, wenn es noch weiter gehen würde Ah, jetzt, okay Ein Auto kommt Was passiert da? Oh Gott, die Hohner stehen für Leben oder was? Oh bitte Ja, was mache ich jetzt da? Ich sehe überhaupt nichts Wollte ich erst Licht? Also es kann sein, dass ich hier getötet werde, weil da unten steht 100 Oh Gott Darauf habe ich überhaupt keine Lust Ich muss wahrscheinlich jetzt da rein gehen Okay, wir schauen uns jetzt erstmal um Okay, wir schauen uns erstmal um Okay, hier ist ein Zettel Kann ich den aufnehmen? Nee Dann nicht Was ist das da? Was ist das da? Zigaretten Okay Okay Ja und, warum geht es nicht auf? Wollt ihr jetzt eine Schlüssel oder was? Bitte Bitte Das geht gar nicht auf Okay Da ist nichts Vielleicht hier Nein Vielleicht geht die Tür auf Auch nicht Auch nicht Auch nicht Auch nicht Okay Hätte es sein können Können wir mal da rüber Hm Kann ich hier was aufmachen? Nein Also bis jetzt ist noch komisch Ich glaube da liegt was oder? Ha! Schlüssel! Sehr schön Der ist auch noch im Dunkeln Oh Gott Kann leider nicht rennen Das wir ein bisschen so assig rumlaufen Das wir ein bisschen so assig rumlaufen So schweine langsam So schweine langsam Und dann sperren wir mal die Tür auf Und Text wieder Also wer spanisch kann oder was auch immer Kann das lesen Ich kann es nicht So was ist mal jetzt? Oh weh weh So was ist mal jetzt? Was ist denn jetzt los? Wieso flackert das so? Okay Ich glaub das gehört jetzt grad dazu Oh Mist Und jetzt? Hallo Schon vorbei oder was? Achso es gehört dazu Ah ok Das schweigt mir jetzt Tode Aber es gehört dazu Okay Wird ja irgendwo hin verschleppt Kann nichts tun Oh Ah 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 Ja Telefon Hallo Achso das ist das Augenflagern Was das hier sein soll Wahrscheinlich Ja und Ah Ah ok Geweide So was jetzt los Oh nein Das ist das Licht oder was? Oh Oh wei oh wei Achso ich brauche ein Schlüssel oder was? Ok Soll ich hier ein Schlüssel sein? Ah Habe ich mal aufgesperrt ok Gehen wir mal raus Bis jetzt gehts noch Ach Er weiß was dann kommt Er weiß was dann kommt Oh Gott Das ist nicht gut Hallo Ich lasse das Licht da Achso Mit links klick Ah ok Gut Die kann ich nicht rein Rennen kann ich immer noch nicht Ok Hier kam ich her oder? Ja Dann gehen wir mal hier lang Was ist denn das? Ein Stuhl Kann ich sogar Sachen umschmeißen Ok Weiter was da drin Vielleicht gibt es hier irgendwo noch einen Schlüssel oder so So Boah was ist das für ein krankes Oh Bleib schön weg Dankeschön Gehts da nirgendwo rein? Nein Weiter laufen Es wird immer lauter Es wird immer lauter Es wird immer lauter Oh oh Es gehts um die Ecken Pfff Komm ich da rein? Ja komm Hopp Hallo? Hä? Hä? Ach muss ich jetzt hier oder? Wie kann ich mich bitte ducken? Komische Sache Ja ist ja gut Ich würde gerne da runter Warte mal alles ausprobieren Mal Gar nichts Nö Geht nicht Ok Schauen wir hier nochmal Also hier kann ich nichts machen Ich muss mich doch ducken können Das gibt es doch nicht Ich kann doch nicht springen oder so Hm Was ist das denn? Hä? Hä? Ja ist blöd Was muss ich denn drücken? Hallo? Was ist das für ein Blödsinn? Muss ich jetzt wieder zurück oder was? Ja muss ich da nicht hin? Normale Abklappern oder wie? Wollte gern machen Ah Es hat sich geändert Da hat der Schlüssel Cool Boah es schreitet so Ja ist ja gut Ja ist ja gut Gerrück dich Chibi 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 Fila passte hier Jawoll Ha Sehr gut Es geht weiter Wahrscheinlich besteht das Spiel nur aus Schlüssel suchen und Türen Öffnen Komm ich vor wie im Pinefield Drive Was ist da? Oh Gott was ist da los? Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht Oh Gott da hängt einer Hm Der bewegt sich auch noch Puh Mann Wo muss ich? Ach da Buh Ist das ein Geist? Was ist die Geist? Geht's hier weiter. Puh, bis jetzt geht's noch. Mal schauen, wie lange es geht. Was überhaupt noch kommt. Okay, das ist schon wieder etwas besser. Nicht immer so krass. Hm, ich komm gleich. Wow. Boah. Nicht so krachen hier. Ich krieg hier noch Rest-Gestand. Was denn? Was ist die Sobervorderung? Na ja, komm, komm. Komm doch. Was ist mit der Abzelle? Weg, 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 weg. Weg, 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 durch, 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 komm. Okay, ich scheine schneller zu sein als er. Okay. Aha. Alles klar. Ist der weg? Aha, okay. Er ist weg. Oh. Mama mia. So, dahinter. Was ist da? Mann. Muss das sein. So. Das geht noch. So, 80 Leben noch. Okay. Jetzt geht's hier weiter. Und ich seh nix. Oh, was ist denn das schon wieder? Nein, 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 nein. Wo muss ich denn hin? Achso, ich muss die mal ausweichen, oder was? Aha. Wow, wow. Nein, das nicht. Ich seh nix mehr. Ah, da. Okay, weiter geht's. 30 Leben noch. Scheint, äh, so lange, bis ich sie aushalte, oder was? Na gut. Sag schon mal Tschüss, weil ich dich gar nicht verrecke. Dann ist nämlich Schluss. Nicht, dass das Spiel einfach aufhört und ich kann nicht mehr aufnehmen. Äh, ne, was rede ich da? Die fähren mich ja noch an. Da schreit ja jemand, da schreit jemand. Okay. Glauben hier weiter. Oh, man, schon wieder die. Oh, Mist. Okay, das war's. Das war's dann hier von Inf... Infinity? Keine Ahnung. Äh, das war's auf jeden Fall von dem Spiel hier. Dann bis zum nächsten Mal hier jetzt beim nächsten Spiel. Tschüss.